Oh, okay, die kann ich jetzt nicht wirklich gebrauchen. Jetzt fängt noch ein bisschen in den Kreis rein, in diesem Fläckchen herum. Und dann werde ich dann auch mal alle Viecher zusammen haben, hier, und dann gehe ich noch nach Macalania, dass ich hier alle Viecher habe. Ah, wäre schön, wenn noch ein paar Geier kämen. Wenn noch ein paar, wenn noch ein paar Geier kämen, wäre wirklich schön. Sehr wünschenswert. Sie haben es aber wirklich immer auf dieses abgesehen. Jedes Mal. Jedes geschickte Mal. Sooo... Das ist... manchmal kommen sie hier und manchmal kommen sie halt nicht, das ist halt einfach so. So, ich versuche mal... mein Mantel ist so ein Platz, mein Glück. Vielleicht hilft das ja. Ich werde dich nächstes Mal aufhören. Ich habe nicht mehr Basilisten. Und den habe ich ja schon genug. Ich trau nur Sturzgeier. Und wieder kommen keine Sturzgeier. Wow! Wird tatsächlich mal jemand anderes versteinert. Das gibt es ja nicht. Die Riku bleibt einfach im Kampf drin. Äh, man hat dies wieder mit Sturzgeiern. Wäre schön. Vielleicht in diesem Fleckchen hier. Ja, tatsächlich. Ah, richtig. Sturzgeier. Sturzgeier. Äh, das wäre ja noch zu schön gewesen, wenn noch jemand käme. Wie darf ich jetzt mal aufnehmen? Ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Hm. Zapp ist jetzt noch... Zapp... Zapp... Bäh... Mir scheint, dass es weniger wäre. Nicht eine halbe Stunde. Vielleicht 20 Minuten. Ah, noch ein Sturzgeier. Sehr schön. Los geht's! Das wird nicht so leicht auf dich. Und... Ein bisschen weiter zu suchen. Erstmal in die andere Richtung. Wo ist es denn? Nein, es ist... Kein Sturzgeier. Leider, leider. Kein Sturzgeier. Aber man kann ja nicht alles haben. So, noch ein Sturzgeier. Und auch nicht. So, noch ein Sturzgeier. Wäre schön, wenn noch einer kommt. Oder zwei. Ich glaube zwar langsam, dass ich sie wirklich voll habe. Aber... Ob ich einen Hinterhalt... Okay, bei Tidus geht's irgendwie immer so daneben. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht habe ich einen Schutz drin. Einen Steinschutz. Das könnte es sein. Ich habe vielleicht einen Steinschutz drin. Gegen Schwächerattacken hilft dies. Hier! Das wird dich aufhören! Okay... So, vielleicht noch ein Sturzgeier. Sehr schön. Nee, das ist kein Sturzgeier. Nein, das ist kein Sturzgeier. Nein, ich benutze ihn und schieß es einfach. Nein, das ist kein Sturzgeier. Ich bin kein Sturzgeier. Wir müssen doch, doch, wie ich denn noch ein Sturzgeier sein könnte. Danke schön. Geschick, so wird die Sturzgeier. Es heißt mich, dass ich keinen mehr brauche! Das ist mein Sturzgeier. Das ist mein Sturzgeier. Mein Gefühl hat sichического aus sich nicht Uno zu tun. Ich dachte ja schon, dass ich zehn zusammen habe. Aber... ... werde ich auf Nummer sicher gehen. Jetzt kann ich hier mal zum Speichelpunkt gehen. Wir sind auf Feuerseite, wir sind auf Feuerseite. Schaut uns gestern was mit Bürgerwerken scha, die Rei kommt immer zu spät. Die Mönche sind niedergeschlagen, immer wenige Menschen besuchen den Tempel, aber das beeindruckt mich nicht. Ich habe bei mir geschworen nach den Leitsätzen zu leben, ich habe ihn geblüht. Du? Außer sich tun kann ich's beten, ich glaube an Jever und... Ja schön, ich nicht. Ich habe bei mir geschworen, die beiden sind hier. Ich habe bei mir geschworen, dass ich die beiden idioten hier bin. Warum, es ist du wieder? Du bist noch auf der Straße? Ja, aber wir gehen nicht zu Zanakind. Huh? Ich habe entschieden, um zu Barthello zu gehen. Wir werden die anderen Summonen mit Sinnen verleten. Ich bin... Ich bin Angst. Hey, keine Angst. Will hat Sinnen in seinem Platz in kein Zeitpunkt. Du meinst, das letzte Summonen? Nein. Wir haben einen anderen Weg, wo niemand muss sterben. Well, whatever it is. Good luck. Cross your fingers. Do your best. Barthello, time to go. Genau. Das ist doch eine nette Szene gewesen. War nicht noch schön. Äh... Ja, okay. Gehen wir zum Flutschiff. Ich habe jetzt alle Monster beisammen, das weiß ich. Und als nächstes werde ich jetzt mal in Makalania Monster sammeln. Da gibt es mehrere. Vielleicht noch ein Pant oder ein Drache. Nein, es gibt keinen Drachen. Vielleicht sollte ich doch woanders schauen, wo es Drachen gibt. Okay, well. Kann ich nicht fangen. Mal probieren. Oh, die Leute. Ah, die kann man nicht fangen. Okay. Stelle Ebene habe ich alles gesammelt. Vergessene Höhle. Mal schauen, was gibt es hier. Wir haben hier einen Moorpull. Ehh... Ein Qual. Eine Jägereinheit. Schreckigespenst. Wegexsaison. Teilchen. 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 Und die Pock kann man nicht fangen. Zerstreuer. Hm. Ah, ja. Aber den habe ich schon beisammen gesammelt. Der Nidhok. Den habe ich schon gesammelt. Da gibt es nämlich auch auf dem Koffer. Gaga Set. Dann hier, auf dem Niewondom gibt es nichts, was interessant wäre. Drachenmässig. Drachenmässig. Oh, nö, nö, nö. Eigentlich dürfte ich alle Drachen zusammen haben, aber irgendwie ist das nicht so. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Ort, wo ich sie sammeln kann. Nö. Das muss eigentlich alles sein. Vielleicht mehr Stück davon. Sehr wahrscheinlich. Dann Macalania. Die letzte Showdown-Machine. Hier geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Monster. Wow. Das ist doch noch recht viel. Aber okay. Ich gehe hier lieber nicht zu weit. Weil. Ja, fangen wir mal gleich an mit Fang. Fangen wir gleich mal an. So. So. Oh, yeah! So, hat noch nicht ganz gereicht. Volarwind habe ich gesammeln können. Gehe nun High Potion. Ich sehe, es wird schon ein bisschen schwieriger. Und vielleicht sollte ich auch nur schauen, dass ich hier jetzt Monster einmal gefangen habe. Ah, sieht noch gut aus. Vielleicht gibt's hier noch einen Schatz oder so. Aber ein riesen Loch. Hier kommen wohl keine Monster. Bisschen IC. Okay, schauen wir mal. Was kann ich noch los fangen? Wald, 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 See, See, See. Okay, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen umsehe, dann dürften noch einige dieser vier kommen. Ich speichere jetzt lieber mal. So, Speichstand 2 überschreiben. Dann suchen wir mal. So, den kriege ich. Jetzt habe ich gefangen. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass er ihn erwischt. Aber das nehme ich an. Wie verdiene ich dann ein bisschen mehr Punkte? Das ist eine Kiste, die habe ich schon geöffnet. Ich sehe, es wendet. Es wendet ziemlich kräftig. Eigentlich ein netteres Teil. So sieht. Welch ein nettes Teil. Okay, dann haben wir jetzt ein Funkelaugen. Versuchen wir sie mal zu treffen. Ah, tatsächlich er hat ihn erwischt. So habe ich den Monster relativ schnell besser. Oh, da ist schon der Durchgang, also werde ich da nicht weitergehen. Weil sonst gibt es eine böse Überraschung. Der möchte ich nicht betreten. Und der möchte ich nicht begegnen. So, Panzer gefangen. So, das Funkelauge. So, ich habe jetzt ein Level weitergekommen. Ich habe jetzt nicht geschaut, wer das ist. So, so wieder Zeit vom Klaugen. Wieder ein Panzer. Oh, nur eine Hype Potion, schade. Oh, schon wieder nur eine Hype Potion. So, vom Klaugen dürfte ich jetzt schon fast genug haben. Noch jemand ist ein Level weitergekommen. So, ich gehe jetzt mal einen langen Weg. Funkelaugen dürfte ich jetzt schon bald voll sein. So, Schneeball ist gefangen. So, dich. Funkelaugen dürfte ich jetzt wirklich schon voll sein. Und auch der Eisputting ist jetzt geschnappt. Neuerhaft zu wenden, aber jetzt kommen Sie einfach immer zu mir jetzt Oh, Wolf. Neewolf Pudding Panzer Es sind nur diese 4 Viecher die am See vorkommen Weil ich die wirklich relativ schnell beisammen habe Vor allem wenn sie so gleichmässig verteilt kommen Entschuldigung Dann mache ich den Guthalt noch einmal So Genau, das habe ich mir gedacht, der ist voll Nice Pudding Okay, Pazze, das ist schön Ich kann nicht fliegen Unter den Reisen kann ich fliegen Ich brauche ja nicht Ich brauche ja nicht Ich brauche ja nicht Ich brauche nicht weiter Ich bin nur auf dem Weg zum Makalania Tempel Ich bin wahrscheinlich vor dem Gast Okay Okay Der ist zäggt! So... Kannst du dich das auch schon langsam genug haben? Sooo... Den Schneeball habe ich nicht besser. War das im Hinterhalt? Offenbar, ja. Friere Nordnein! Sooo... Pudding! Wo den Schneeball können wir die Glocke fliehen. Und das gleiche Ensemble! So, ein Schneemold mehr. Ein Eispudding mehr. Und eine Flucht mehr. Und eine Flucht mehr. Aber... So... Mein Panzer. PANTA! Ah, ich habe tatsächlich noch Platz für. So, gehe ich wieder nach vorne. Damit ich noch mehr... Monster erwischen kann. Och, noch ein paar Ziff. Dürft ihr euch auch bald genug haben. Glaube ich. Die nun eine Haiebranche geklaut. Ja! Mafuto-Panzer habe ich jetzt genug. Es fehlen nur noch Schneewölfe und Puddings. Nein, ich klaue. Tschüss! Und das ist... Warum ich 10 von jeder Sorte fange? Das ist eigentlich relativ einfach. Je mehr ich fange, desto mehr Belohnungen bekomme ich. Desto mehr Monsterwerten freigeschall ich unterfahre. Und desto mehr komme ich zu 100%. Also, es gibt hier natürlich keinen Spielstand. Das heißt, einfach nur, man muss 10 besiegen. Das ist gesagt, 10. Und dann später halt noch diesen, äh, Yu Yevon. Das man auch noch besiegen kann. Aber ansonsten eine Prozent... Eine Prozentzahl... Gibt es so... Nicht. So, Schneewölfe habe ich immer noch nicht genug. Und Pudding... Habe ich auch noch nicht genug. So, jetzt sind alle in der Lab. So, jetzt sind alle in der Lab. Schauen wir mich noch ein bisschen um. Vielleicht kommen ja noch... Von diesen Monstern. Wer weiß. Oh, da haben wir schon wieder zwei. Sehr schön. Eisbring habe ich noch nicht genug. Schneewölfe habe ich auch noch nicht genug. Schneewölfe habe ich auch noch nicht genug. Fehlen da haben noch ein paar. Nuna, ich möchte dich jetzt als letztes sehen. Live and let live! Aber ja... Aber ja... Ein bisschen... Ach nee... Manchmal kommt diese Kombination einfach so oft. Und das ist schade. So. Ah, schön. Da haben wir sie. So, Schneewölfe sind komplett gefangen, wie ich sehe. Oh, shit. Was mache ich denn da? Oh, shit. Meine Fresse. Bist du blöd. Mann, bist du blöd. Nein, es gibt nicht Triku an, sondern den hier. Okay, der ist auch voll. Wir können gehen. Oh, Mann, war das peinlich. Das war jetzt echt peinlich. Das war jetzt echt peinlich. Das steuert man den Gegner. Aber hier ist der Bildschirm auch ein bisschen anders gewesen. Also musste man nach oben und unten drücken. Und das habe ich nicht rechtzeitig bemerkt. Leider nicht rechtzeitig bemerkt. Und jetzt gehen wir mal in den Wald und suchen hier nochmals zu. So. Was steht bei den anderen? Es sind jetzt noch... Es gibt zwei verschiedene Panzer hier. Wow. Dann gibt es noch... Zuerst gibt es noch den Chimera. Der kommt selten. Die Geftbiene kommt oft. Kussipose kommt sehr selten. Wolfushipanzer oft. Schmelke oft. Teilchenblau oft. Okay. Auf diese sechs Gegner muss ich mich einstellen. Auf diese sechs Gegner muss ich mich einstellen. Die muss ich jetzt auch fangen. Da haben wir schon mal eins davon. Den Chimera. Bei dem kann man den Polarwind klauen. Ja. So. Ein Chimera gefangen. Schauen wir weiter. Das hier ist die Kussipose. Vielleicht kann man von dem nur eine Hype-Potion klauen. Ja. So. Von der Schwarte. Yay. Schon ein paar weitere Viecher. Dann haben wir wieder einen Kussipose und zwei Geft-Dinge. Tiere, Bienen und so. Ja. Das wäre natürlich gefährlich. Das ist halt nicht gedacht. Oh yeah! Ja. Inzwischen ist Tidus Trefferwert schon so hoch, dass er auch diese Gegner ziemlich locker trifft. Okay. Jetzt hat sich neu noch die Geft-Bienen dazu gesellt zusammen. Und da kommen noch zwei Teilchen. Von denen man Festschotten klauen kann. So. Geft-Bienen gefangen. Ich bin ein Pfeiliger. Check-Au-Gebens, da rausgekommen. Ich bin ein Pfeiliger. Oh ja!